In diesem Video verrät euch Einser-Abiturient und Jurastudent Vincenzo seine besten Tipps für ein Einser-Abitur. Viel Spaß! Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und vor allen Dingen herzlich willkommen, Vincenzo. Vielen Dank, dass du heute da bist. Danke, dir auch auf jeden Fall. Denn Leute, Vincenzo und ich haben eine ganz besondere Geschichte zusammen. Vincenzo hatte damals einen Notenschnitt von 2,7. Und mit diesem Notenschnitt ist er damals zu meinem Seminar gekommen, dem Seminar 1,X. Dieses Seminar hat genau hier auf diesen Brettern im Saal Bär Krefeld stattgefunden. Und nach diesem Seminar ist Vincenzo hochmotiviert in der Schule durchgestartet. Er hat sich bei Great Greats angemeldet. Er hat sich den Einser-Abi-Masterplan gesichert. Und dann hat er es geschafft, und jetzt haltet euch bitte fest, seinen Notenschnitt von 2,7 auf 1,2 in der Q2 zu verbessern. Und dann auf 1,1. Von 2,7 auf 1,1. Und er hat es so geschafft, einen Gesamt-Nortenschnitt im Abitur von 1,5 zu erzielen. Und jetzt haltet euch bitte fest, er hat jetzt seine Zulassung bekommen für das Jurastudium in Düsseldorf. Herzlichen Glückwunsch dafür, Mann. Großen Respekt. Das bedeutet mir mega viel. Und was war das für ein Gefühl? Also das Gefühl war wirklich extrem geil. Jetzt wirklich zurückzublicken auf die Schulzeit jetzt zu sehen, wirklich was man erreicht hat. Schulliche Leistungen, Erfolge, alles. Jetzt noch die Zulassung zu bekommen von allen Universitäten. Und wirklich mich selber stolz gemacht, meine Eltern stolz gemacht, mich wirklich immer selber top motiviert. Und es war wirklich einfach eins der geilsten Gefühle, die ich je hatte. Hammer. Großen Respekt dafür, Mann. Und ja, das war's, Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir wollten euch einfach kurz motivieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Kleiner Joke. Ja, Vincenzo ist natürlich hier, um euch drei Tipps für Bestnoten im Abitur zu geben. Also Vincenzo, was ist der erste Tipp für Bestnoten im Abitur? Also, Tipp 1, Leute, ist, nutzt Visualisierungstechniken. Visualisierungstechniken sind jetzt erstmal ganz allgemein gehalten. Ich habe speziell zwei genutzt, die mich extrem, jetzt in der Schule in den letzten zwei Jahren besonders, extrem weitergeholfen haben, weitergebracht haben. Das war einmal die erste Visualisierungstechnik. Die war den erlernten Stoff, also beispielsweise Texte. Jetzt in Bio beispielsweise die Protein-Biosynthese mit Bildern, die ich mir dann selber gezeichnet habe, irgendwie im Whiteboard in irgendeiner Weise, das muss jetzt nicht irgendwie schön sein oder so, gezeichnet habe. Und dann den erlernten Text mit den Bildern miteinander zu verknüpfen. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie effizient diese Technik ist, wirklich stressfrei zu lernen und auch wirklich langfristig diese erlernten Sachen im Gedächtnis zu behalten. Das ist Tipp 1, also Visualisierungstechniken. Der zweite Tipp zu den Visualisierungstechniken ist, visualisiert eure Ziele und Erfolge. Ein Beispiel, ein kurzes Beispiel dazu ist, beispielsweise vor einer Klausur sich hinzusetzen, sich vorzustellen, wie man diese Klausur gut und sehr gut schreiben wird, wie man diese Klausur zurückbekommt, das Gefühl wirklich vermittelt bekommt, eine sehr gute Klausur gestrieben zu haben. Das hat mich selber und wird euch bestimmt da draußen auch wirklich extrem nochmal Selbstbewusstsein geben und wirklich mit einem sehr guten Gefühl in die Klausur selbst reingehen lassen und davor schon beim Lernen nochmal selbst motivieren, weil ihr wirklich dieses Ziel vor Augen habt, weil ihr es wirklich visualisiert habt und ihr es euch noch viel besser vorstellen könnt. Und das hat mich extrem weitergebracht. Perfekt. Was ist der zweite Tipp, den du mitgebracht hast? Tipp 2 ist, wendet den richtigen Lerntrhythmus an. Besonders vor Klausuren, vor mündlichen Prüfungen und so weiter. Vor Sachen, vor denen ihr euch wirklich extrem gut vorbereiten müsst in der Schule. Ich habe mich persönlich daran an Joes Lernrhythmus orientiert. Grob gesagt war das dann so, dass ich zwei Wochen vorher angefangen habe, für die Klausur mich vorzubereiten, zu lernen. Perfekt. In einem bestimmten Lernzyklus mit bestimmten sozusagen Portionierungen mir den Stoff aufgeteilt habe und dann wirklich zwei Wochen vor der Klausur angefangen habe zu lernen. Das mag jetzt erstmal viel klingen, ist es vielleicht anfangs auch. Aber wirklich, das ist wirklich einer der wichtigsten Bausteine, war jedenfalls für mich so, Vorteile daran sind, durch diese lange Periode, beziehungsweise zwei Wochen Periode, die ihr vorher anfangt zu lernen, könnt ihr euch an einem Tag viel besser auf ein Thema, was ihr an diesem bestimmten Tag lernt, konzentrieren. Habt nicht irgendwie jetzt 80 Seiten an einem Tag zu lernen, wenn ihr drei, vier Tage wie die anderen Schüler beispielsweise anfangen zu lernen vor der Klausur, die sind Stress und erstens natürlich dann stressfrei. Es ist effizient, man hat in den zwei Wochen noch genug Zeit, um sich über andere Sachen zu informieren. Wenn man eine Sache nicht direkt versteht, kann man den Lehrer beispielsweise danach fragen. Und dann ein Nebeneffekt, den ich gemerkt habe, ist, man kann im Unterricht selbst dann noch die mündliche Mitarbeit vor der Klausur, wenn man den Lehrer wiederholt, nochmal natürlich dann punkten, weil man dann zwei Wochen vorher anfängt, natürlich dann den Lehrer nochmal vor der Klausur die Themen wiederholt und man was anderes voraussagen kann. Ja, sehr guter Tipp. Okay, also in den richtigen Lernrhythmus angewenden, das ist der zweite Tipp. Was ist der dritte Tipp? Tipp 3 ist, findet Motive. Motive, wieso ihr euch wirklich schulig verbessern wollt. Wieso wollt ihr Leistungen, wieso wollt ihr bessere Leistungen erzielen? Wieso wollt ihr Erfolge erzielen? Habt ihr beispielsweise ein bestimmtes Wunschstudium vor euch? Sei es Medizin, Jura, BWL, sei es was auch immer. Ihr müsst Motive finden, weil ohne Motive habt ihr keinen inneren Antrieb. Sei es irgendwie eure Eltern stolz zu machen, euch selber zu zeigen, dass ihr es wirklich könnt. Ohne Motive geht wirklich nichts. Und deswegen sucht euch beispielsweise Vorbilder. Joe war anfangs der Q1 und bis heute noch wirklich von den schulischen Leistungen her so ein extremes Vorbild für mich. Er hat mich wirklich innerlich so gepusht, wirklich einen Antrieb gegeben. Und das war wirklich dann nochmal, ich bin nämlich so ein Mensch, der funktioniert wirklich mit Motivation von innen heraus. Das ist extrem wichtig, weil ohne Gründe werdet ihr nicht vorankommen. Ihr müsst bestimmte Gründe haben, wirklich das Ziel vor Augen haben und wirklich dann werdet ihr automatisch durchstarten. Ja, perfekt. Vielen Dank für die Tipps, Mann. Super geil. Sehr, sehr cool. Okay, also ich fasse das nochmal zusammen. Tipp 1, nutze Visualisierungstechniken. Tipp 2 hast du gesagt, nutze den richtigen Lernrhythmus. Genau. Was auch super wichtig ist, also die richtige Organisation. Genau. Zwei Wochen vorher anfangen, den richtigen Lernrhythmus beibehalten. Und Tipp 3, finde das richtige Motiv. Ja, also warum machst du bestimmte Sachen? Okay, das sind die Motive. Kann ich so perfekt unterschreiben. Es ist auch meiner Meinung nach, auch nach den Gesprächen, die ich immer wieder mit Einzelambiturierenden geführt habe, sind das die wichtigsten Sachen, dass man Techniken hat, dass man die Motivation hat, dass man die richtige Organisation hat. Wie bereitet man sich vor? Und Leute, das sind wichtige, wichtige Tipps. Und jetzt integriert die in euer Leben, weil die werden euch garantiert weiterbringen. Und jetzt noch eine ganz, ganz wichtige Sache, Leute. Jeder Schüler in Deutschland kann ein Einzelabitur erzielen. Vincenzo hat es geschafft, seinen Notenschnitt von 2,7 auf 1,1 zu verbessern. Er hat einen Gesamtnotenschnitt im Abitur von 1,5 erzielt. Er studiert jetzt Jura. Und dieses Potenzial steckt ebenfalls in dir. Und ich möchte, dass du das heute verstehst, dass du dieses Potenzial hast. Stell dir einen Samen vor, okay? Einen Samen. Und dieser Samen, er hat bereits den Baum, zu dem er werden kann, in sich. Er trägt diesen Baum bereits in sich. Und alles, was gemacht werden muss, ist, diesen Samen zu wässern und den richtigen Nährboden bereitzustellen. Und dann wird ein Baum aus diesem Samen. Und genau dieses Potenzial steckt auch in dir. Du bist genau wie ein Samen, okay? In dir steckt bereits das Potenzial, ein Einzelabiturian zu werden. Du bist bereits ein Einzelabiturian. Alles, was noch gemacht werden muss, ist, diesen Samen zu gießen, den richtigen Nährboden bereitzustellen. Und dann kannst du Medizin studieren. Dann kannst du Jura studieren. In dir steckt bereits der Jurastudent. In dir steckt bereits der Rechtsanwalt und der Arzt. All das ist bereits in dir in diesem Moment. Und alles, was du jetzt noch machen musst, ist, das Ganze zu wässern. Dich selbst zu wässern. Du bist zugleich der Gärtner und du bist zugleich der Samen. Und alles, was du jetzt noch machen musst, ist, diesen Samen zu wässern und den richtigen Nährboden bereitzustellen mit dem richtigen Wissen. Das machst du in diesem Moment, weil du dir dieses Video ansiehst. Und ich möchte dich darin noch weiter unterstützen. Ich habe ein vollkommen neues Webinar entworfen. Neues Design mit allem drum und dran. Meine drei Geheimnisse für einen Einsatzschnitt. 90-minütiges Webinar. Kostenlos. Und dieses stelle ich dir bereit, damit du dein volles Potenzial entfalten kannst. Alles, was du jetzt noch machen musst, ist, auf den Link zu klicken. Und du kannst dir direkt nach diesem Video dieses Webinar ansehen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Entfalte dein Potenzial. Sieh dir an, was möglich ist. Ich bin mega stolz auf dich, Alter. Es ist einfach so geil, sowas zu sehen. Wenn dann Schüler das packen. Alter, ich bin mega stolz auf dich. Leute, haut rein. Ich freue mich. Das war geil. Das war krass. Das war noch ein Stück.